Herzlich Willkommen! Word 2010 Dokumente kommen dank der neuen Komprimierungstechniken mit vielen Bildern deutlich besser zurecht als Word 2003 oder älter. Bei einem umfangreichen Dokument mit vielen Bildern kann es dennoch hilfreich sein, die Bilder mit dem Word-Dokument nur zu verknüpfen. Dann speichert Word im Dokument nur den Link zum jeweiligen Bild. Die Bilddatei selbst bleibt außen vor und die Word-Datei mit wenigen Kilobyte Dateigröße angenehm klein. Ein Bild zu verknüpfen ist ganz einfach. Ich wechsle wie gewohnt auf die Registerkarte. Einfügen und klicke in der Gruppe Illustrationen auf die Schaltfläche Grafik. In dem nun angezeigten Dialogfeld markiere ich das gewünschte Bild. Jetzt klicke ich rechts neben der Schaltfläche Einfügen auf den kleinen Pfeil. Daraufhin klappt ein Menü auf, in dem ich den Befehl mit Datei verknüpfen wähle. Ergebnis? Das Bild wird in meinem Dokument angezeigt, obwohl es gar nicht darin gespeichert ist. Soweit alles bestens. Doch was passiert, wenn ich den Pfad zum Bild wechseln muss, weil ich beispielsweise das Dokument und die Bilder auf eine andere Festplatte verschoben habe? Wenn Word das Bild beim Öffnen des Dokumentes nicht findet, erscheint anstelle des Bildes nur ein Platzhalter. Wie lässt sich die Verknüpfung nachträglich ändern? Der alte Trick aus Word 2003 mit Alt F9, die Feldfunktionen anzuzeigen und dort den Pfad zu ändern, funktioniert in 2007 und 2010 nicht mehr. Außerdem gibt es hier noch eine Falle zu beachten. Solange ich das Dokument nicht gespeichert habe, kann ich die Verknüpfung tatsächlich nicht ändern. Erst nach dem ersten Speichern finde ich auf der Registerkarte Datei in der Backstage-Ansicht in der Rubrik Informationen rechts unten den Befehl Verknüpfungen mit Dateien bearbeiten. Über diesen Befehl lande ich im Dialogfeld Verknüpfen. Hier kann ich das gewünschte Bild markieren. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Quelle ändern lege ich fest, wo das Bild jetzt abgelegt ist. Diesen Schritt wiederhole ich bei Bedarf für alle die Bilder, deren Speicherort sich verändert hat. Sobald ich das Dialogfeld mit OK bestätige und die Backstage-Ansicht verlasse, honoriert Word meine Arbeit und zeigt die Bilder wieder korrekt an. Bis zum nächsten Mal, Markus Harner Zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Den Befehl Verknüpfungen mit Dateien bearbeiten in der Backstage-Ansicht kann ich nicht nur für verknüpfte Grafiken nutzen. Auch Verknüpfungen zu Excel-Tabellen oder anderen Objekten lassen sich auf diese Weise im Handumdrehen anpassen. Zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Wettbewerb Zum Schluss noch einen kleinen Tipp. Der Befehl verknüpfungen mit Kleid. Mit Kleid. Drei Nummer, die welche Foren aussahen Sie auf das Bild. Drei Nummer, der, die welche noch mehr還是 auf die Handumdrehen sind vielleicht nicht nur für einen Punkt. Untertitelung des ZDF, 2020